Wie viele haben wir denn schon? Die Hälfte. Die Hälfte erst, oh Gott. Oje. Das stimmt auch wieder. Servus, ich bin der Tobias, ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Neuham, das ist ein kleines Dorf hier in der Nähe von Anstorf. Und mache meine Ausbildung hier im Park und Stift Anstorf zum examinierten Altenpfleger. Beim Lindner mache ich ein duales Studium. Das setzt sich aus einer Berufsausbildung zusammen und einem Studium in Deckendorf. Ich mache beides parallel, eine ganz normale Berufsausbildung. Und bin hier im Park und Stift im Bereich Steinbach, das ist betreutes Wohnen. Und im betreuten Wohnen betreuen wir praktisch ältere Menschen, die eben noch sehr selbstständig sind. Die haben ihre eigenen Wohnungen. Was sehr speziell ist, ist nicht wie auf einer Pflegestation. Und die Privatsphäre der Person ist immer ganz anders gestaltet, weil sie eben doch in einer ganz eigenen Wohnung leben. Wenn ich weiß, dass jemand gerne mit Menschen arbeitet und jetzt keine Scheu hat vor Menschenkontakt, dann würde ich ihm auf jeden Fall sagen, probiere es einmal aus. Mach mal ein Praktikum, ist auf jeden Fall Empfehlung wert. Warum? Weil es ist doch eine schöne Arbeit mit Menschen, die Hilfe brauchen zu arbeiten. Und man ist ja auch selber froh, wenn man Hilfe kriegt von jemandem, wenn man Hilfe braucht. Und man geht mit einem guten Gefühl aus. Und warum nicht Norddeutschland? Ich bin Bayern, das ist meine Heimat und bleib ja da. Lindner ist halt einfach so typisch Familie. Es ist einfach so wie daheim. Es ist einfach typisch bayerisch. Es ist keine aufgestellte Firma. Und ich glaube, wenn ich auch so in dem Alter war, also im Rentenalter war, und ich war hilfsbedürftig im Bereich der Pflege, dann würde ich sofort hierher gehen. Ich war beim Lindner, weil es ein super Arbeitsplatz ist.